Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was geht, Leute? Was geht? Leute, lasst Like, Out, lasst aber dann, wenn euch meine Videos gefallen, das wird mega nice, Leute. Was geht? Und ich würde mal sagen, mir ist fett langweilig und wirklich zu eifern, denn ich habe mir was Neues bestellt, Leute. Das wird mega lustig. Das wird eine krasse Challenge, aber die muss ich einfach erstmal zeigen. So, wir klingeln den erstmal aus dem Bett raus. Alpha, Bro, bist du da? Was geht, Mann? Hörte, was geht? Was geht, Alpha? Ist das gerade langweilig? Was ist denn da vorne? Was hast du hier hingetan? Ich habe mir was Neues bestellt. Hörte, wir müssen das wieder wegmachen. Die ganze Straße ist hier voll. Ja, Mann, gleich. Aber erstmal machst du mit mir meine Challenge. Hä, was denn? Und zwar bauen wir einmal einen Millionärsturm und einmal einen armen Turm mit Pfeilen drin. Was geht? Ja, nice, Mann. Wer braucht den Reichen? Ich würde sagen, du baust den Reichen, weil letztes Mal habe ich den Arm gebaut. Ja, let's go. Let's go. So, ich gehe in den Game und Leute, wir müssen einen Turm ganz hoch bauen. Wir müssen den komplett mit Pfeilen ausstatten. So, das wird mega die Arbeit, aber wir schaffen das auf jeden Fall. Locker, easy. Ja, Mann, aber ich habe gar nicht viel Geld zur Verfügung, weil ich ja den armen Turm habe. Ich habe richtig viel Geld zur Verfügung. Ja, Mann, du bist echt rich. Einfach, ich muss nur schauen, wie hoch ich diesen Turm machen kann, Mann. Weil wir haben ja echt viel Platz in die Höhe. Das muss auf jeden Fall lange gehen. Und Leute, wir müssen es, wie gesagt, mit Pfeilen ausstatten, sodass einfach da drin gefangen sein wird. Und nicht runterkommt oder hochkommt. Nice, Mann, ich glaube, das ist hoch genug. So, ho, man fällt hier ewig runter. So, Leute, das wird ja lange dauern, den komplett auszustatten. Aber wie gesagt, wir schaffen das schon. Wie weit bist du, Alpha? Ich habe schon angefangen, der Turm steht schon mal. Oh, warte, ich baue gerade erst meinen Turm. Gleich bin ich fertig mit dem Grundturm, ey. Oh, der ist riesig. So, jetzt steht der Turm, Leute. Oha, guck mal, wie viel Platz man hat. Hier kommt der Eingang, geht, so. Meiner wird viel zu krass. Echt jetzt, so, warte mal, ich platziere ein paar Müllturm, weil hier stinkt's mega. So, zack, und zack, und zack. Leute, weil das ist ja der Abendturm, wie gesagt. Da muss ich dann auch noch eine alte, billige Tür einplatzieren. So, was geht's? Hier kommt man rein in den Turm. Da baue ich jetzt schon mal verschiedene Stockwerke rein, die ich dann alle mit Fallbestücke. Mach ich auch schon, ich fang schon an. Laber, echt jetzt? Oh, nein. Boah, das wird eine mega Aufgabe hier, Leute. Werde hier fette Jump'n' Runs reinbauen, glaube ich. Und hier oben ist so das Ziel, Alter, du hast so einen langen Weg vor hier, bis du mein Ding hochgegangen bist, mein Turm. Du bei mir auch. So, Leute, hier ist der Einstieg. Und als Lichtquelle nehme ich erstmal Fackeln, die sind ziemlich günstig. So, das wird alles zu Lava. Der Floor ist Lava-Wand und hier ist dann das simple Jump'n' Run, was geht? Boah, jetzt wird's so schwer, wirklich allein schon das Erste. Lava, echt jetzt, Alter? Ich bin mal gespannt, wie das denn ist. So, ich muss den Jump hier machbar machen, Leute. So. Nice, Mann, hier ist dann der nächste Raum. Hier geht dann eine Leiter hoch, Leute. Wir nehmen mal diese Fallen hier und diese Fallen. Oha, Mann, wie gewalt. Die erwarten hier oben. Und dann durchzulaufen ist mal gar nicht so einfach, würde ich mal sagen. So, dann den richtigen Weg durchzuführen, weil die mega viel Damage sicher machen. Und Fackeln habe ich auch genug platziert. Let's go. Leiter nehme ich am besten die Rostige hier. Ja, Mann, die nehme ich zum Hochgehen, weil das ja, wie gesagt, der billige Turm ist. Und hier oben habe ich was Lustiges, denn hier warten Bosse auf Alpha, die ihn verfolgen. Und dem muss er dann weglaufen. So, hier ist die erste Tür. Durch die Tür muss er es schaffen. Und dann durch diese Tür hier. Um dann ins nächste Stock wegzukommen. Was geht, ey? Und zwar sind das meine Schergen, die hier auf Alpha warten mit dem Basie. Ja, du hast richtig gehört, Bro. Da warten böse Leute auf dich, die nicht wollen, dass du hier durchkommst. Sag mir auch. Laber nicht. Ja. Und hier kommt dann das nächste Jump and Run. Das ist aber nicht so schwer, weil wie gesagt, das ist ja der billige Turm. Aber die Challenge hier wird nicht so einfach wie gedacht. Achtung, Leute, hier in die Mitte des Raumes baue ich einen Aufpasser hin, der Alpha die ganze Zeit abballern wird. Den habe ich auch. Den habe ich auch. Und zwar wirft der Kollege mit Pizzastücken nach Alpha. So, der steht jetzt da unten drauf. Und hier muss ich noch einen platzieren. So, der passt hier dann auf. Leute, ey, das wird so schwierig, da durchzukommen. Ich sag's euch. Weil das Jump and Run ist jetzt nicht das Problem. Das ist eigentlich sogar sehr einfach. Bei mir genauso. Da bin ich, wie gesagt, einfach mal gespannt drauf, wie es dann bei dir letztendlich aussieht. So, hier kommt das Mülltonnzimmer in. Mit ganz vielen Leuten, die dich da jagen werden. Und der Rentenleiter, die echt ziemlich hoch ist. Mal sehen, ob du die hochschaffst. Meine wird auch richtig schwer, wirklich. Und hier oben ist dann das Ziel. So, wie baue ich das am besten? Erstmal Lava platzieren. Und dann würde ich sagen, ich mache einmal richtig und fall. In dem Sinne, dass einer der Trittsteine falsch ist. Boah, das ist echt mega gewalt. Hier, Leute, ich muss schon sagen, das ist sehr viel. Und hier kommt dann die Kiste mit dem Schatz. Weil es ein Armesding ist, wird der Schatz nicht allzu teuer sein. Er bin schon fertig. Ja, ich bin fertig. Und du? Äh, noch nicht. Den erwarte ich doch auf dich, Alpha. Denn ich bin fertig. Oh nein, hier kommt ja Lava durch. Das ist nicht geplant. Obwohl, es sieht ganz fresh aus. Das passt hier schon rein. Hier kann ich noch ein bisschen die Wände verkleiden. Ja, das ist gemein, Mann. Oha. Ein paar Stolperfeil mit rein. Das ist vielleicht ganz lustig. Okay, ich bin bereit, Alpha. Ich gleich auch. Alpha, und? Ich bin fertig. Nice, Mann. Ich sehe den Turm. Dann bin ich sofort rein. Bist du dir sicher? Ja, Mann. Ich bin bereit. Let's go. Let's go, Alpha. Hier ist noch nichts. Okay, warte mal. Ich schau. Aber was ist auf den Weg? Das ist der Mega-Reichhaus. Ey, hurra. Das wirst du niemand schaffen. Wir sind über eine Elektrozeine. Was, Mann? Ja, die ist richtig schwer. Die brutzeln mich. Au, au, au. Ich muss hier durch, ich muss hier durch. Ja, ich habe es geschafft. Du hast es geschafft, die Weile. Ja, aber ich habe es gepackt, ey. Aber mit fucking Schaden. Ey, es ist so schwierig. Jetzt kommt die nächste Stage. Oh, nein. Das ist ein Kaktuschfeller. Und da oben sind irgendwelche bösen Leute. Die wollen safe auf mich ballern. Das ist ein Geheimagenten. Enten. Oha, was geht? Meine Bros. Ey, der wirft ja eine Kartoffel auf mich oder so. Nein, das ist echt das Süßere, was die schmeißen. Oh, Mann. Nein, Mann. Das ist doch verrückt. Ich muss schnell hier hoch. Komm, bitte ballern mich nicht ab. Oh, meine Bros. Komm, schau. Hey, komm, sieh da los. Nein, meine Bros. Die machen ja gar nichts. Ballern mich nicht ab, ey. Die sind immer nett zu mir. Boah, Mann, die waren zu langsam. Boah, was ein Glück, dass ich da durchgekommen bin. Ey, ey, ich bin runtergefallen. Ja, Mann. Ey, da war ein Fake Block. Ja, ich weiß. Oder ich muss mich verstecken und reingehen nach jetzt, ne? Sie müssen jetzt schneller angreifen. Los, Leute. Mit deiner Falle hast du mich gerade echt fast bekommen. Oder du hast mich bekommen, sozusagen. Hier rüber mit dem Kaktus. Au, au, au. Und jetzt wieder hier hoch. Komm, bitte ballern mich nicht ab. Ja, endlich. Nein, Mann. Jetzt kommst du doch nicht mehr hoch. Jetzt kannst du es vergessen. Hä? Die treffen immer noch nicht. Hey, Leute. Und ich hab's geschafft. Jetzt aufpassen wegen Fake-Blöcken, so. Viel Glück. Und ich bin... Ah, fast reingezappt. Du hast es schon geschafft. Oh, so, dann hab ich's geschafft. Und jetzt wirst du meinen Turm sehen, Alfa. Oh, Mann, okay. Bist du bereit? Oh, ich will ja gar nicht rein. Hier stinkt voll. Hey, du musst da rein. Okay, let's go. Let's go. Hier ist ja alles voll mit Lava. Nein. Nein. Ich bin das Spielmannschaft, Nette. Ja, Mann. Du musst es machen. Einfach mal. Ich bin kein Jump-Run-Profi. Oh, das meiste es auch so nicht an. Ah, ja. Ich hab den. Und versuch's weiter, Alfa. Und nochmal. Let's go. So, dann schau ich jetzt mal. Oh, oh. Oh, ich bricht viele Fallen. Die werden fallen hier. Ja, ich seh die alle, aber ich muss vorbeispringen. Aua. Und, let's go. Schnell hoch hier. Reife Leistung, Alfa. So nice. Weiter geht's. Und, ah, ich darfst du raus. Ah, ich muss schnell laufen hin. Renn durch. Oh, schnell weiter. Oh, wir sind viel zu viele. Wie komm ich ab? Oh, ja. Ich hab dich erwischt. Lauf, Leute. Lauf, Leute. Lauf, Leute. Lauf, Leute. Au, au, au. Stell hoch hier. Hoch, hoch, hoch. Ja, du hast es gepackt, Mann. Das war viel zu schwer. Hey, was soll das? Ja, das war eine Challenge. Pass auf, der wirft Pizza auf dich. Alte Pizza-Stücke. Als ob ich das schaffen kann, Mann. Nie weit. Natürlich, der muss, Bro. Und, ich muss kurz warten, bis der einmal geworfen hat. Ey, der war voll schnell. Und, let's go. Komm schon. Komm, du musst durch. Sprint durch. Bevor er mich trifft. Ah, schnell. Du weichst aus, Mann. Du wirst Köln sein. Let's go. Oh, du hast echt gepackt, Alfa. Ja, doch nicht ganz gleich. Ach, du nimmst weiter Pizza-Stücke auf dich? Zack, rüber hier. Ah, hier kommt noch einer. Und hoch hier. Ja, Mann. Du hast dir einfach die Lava gelockt. Du bist fast am Ende angekommen, Bro. Jetzt kommt die letzte Prüfung. Welcher Block ist richtig und welcher Block ist der falsche? Oh, oh. Das müssen wir kurz herausfinden. Ich kann einfach hingucken. Hey, du Cheater. Der ist richtig. Ah, ich muss springen lernen. Oh, oh. Verbrennst du noch vom Ziel? Nein, die Wand. So, jetzt muss ich hier rechts rüber. Zack. Nein. So, welcher jetzt? Und der linke ist falsch, glaube ich. Deswegen gehe ich hier drauf. Genau, du hast es geschafft. Und ich habe Holzblock gewonnen. Ja, Mann. Ja, Mann. Das geht. Leute, lasst ein Like da und lasst da. Aber wenn es euch gefallen hat, schau bald vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ja.